Hallo, heute möchte ich mit euch mal ein Bild machen und zwar mit dieser Stahlkugel hier. Jetzt bringe ich erstmal die Farben aufs Bild. So, und diese hier. So, und diese hier. So, kommt jetzt Orange. Ja, ich glaube ich habe die ein bisschen zu eng zusammengesetzt, aber das ist nicht schlimm. Hoffe ich. Das sieht man schon. Aber macht nix, hoffe ich mal. Okay. 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 Mist. Jetzt habe ich kein Rot mehr. Einfach eine Mitte. Alles egal. So, ein bisschen Magenta noch. Ach, das fang ich aber mal hier an. So, da ist nicht so viel. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die Farbe die richtige Konsistenz hat. Kann sein, ob die ein bisschen zu dünn ist, aber das wird sich rausstellen. Ja. 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 Magenta Rato Keys So. Dann haben wir natürlich kein Weiß mehr, noch den Rest. Dann haben wir noch den Rest. So. Dann tun wir jetzt mal die Kugel rein. Dann gucken wir mal was passiert. Ich hab da Luftblasen drin. Dann kommen wir raus. So. 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 Lass ich die rauslaufen. Jetzt machen wir noch alles voll. Jetzt machen wir noch alles voll. Okay. Okay. Jetzt ist es so. Jetzt müssen wir noch alles voll. Komm mal auf. Ja. Jetzt ist es so. Jetzt ist es so. Jetzt ist es so. Das ist mir ein bisschen zu viel weiß. So. Ich hoffe euch gefällt das Bild. Das war die Geschichte mit der Kugel. Gut. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Schauh. Schön. Tschüss. Tschüss. Schauh. Okay. Vielen Dank.